30 Mal wird in dieser Lotterie ein Preis von 250.000 Mark verliehen. Dieser Preis wird nun auf die Nummer fallen. Darf ich bitte den Zettel haben? Danke sehr. Dieser Preis von 250.000 Mark fällt auf die Nummer 23 088. Wir wollen noch einmal der Sicherheit halber die Zahl wiederholen, damit Sie jetzt zu Hause nachsehen können. 23... 23... 23... 3... 23 089... 23 Stunden... 23 089... 28... 28... 28... 28... 29... 29... 30... 30... 29... 29... 31... 31... Darf ich mal eben... Nun, meine Damen und Herren, ich habe diese... Das ist ein Irrtum, ich bitte, das wäre schön gewesen. Nun bitte zu den Trostpreisen. Frau Notausgang... Frau Notausgang hat schon wieder einen eisernen Ofen gewonnen.